In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Einer und Ausgaben sowie Zinsen aus Bondora Go & Co. in Portfolio Performance importiert. Legt euch dazu als erstes ein Konto Bondora Go & Co. in Portfolio Performance an. Geht dazu unter Standard & Konto, klickt auf das Pluszeichen, Neues Konto. Dieses benennt ihr dann um in Bondora Go & Co. Loggt euch dann in euren Bondora Account ein und geht hier auf den Bereich Kontoauszüge. Klickt auf Kontoauszüge und gebt den gewünschten Zeitraum ein, den ihr im Portfolio Performance importieren wollt. Ladet die Datei auf euren Rechner herunter. Klickt dann unter Datei, Importieren auf PDF Bank Dokumente. Wählt hier die zuvor im Bondora heruntergeladen Datei aus. Dann dauert es einen kleinen Moment. Dann erscheint eine Übersicht der importierten Daten. Wählt hier das Konto Bondora aus, sofern ihr mehrere Konten angelegt habt. Und klickt dann einfach auf Fertigstellen. Wie ihr seht, wurden alle Daten automatisch importiert. Eure erhaltenen Zinsen seht ihr direkt unter Erträge und Ausgaben. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020